Es sind offiziell nur noch sechs Tage, bevor ich für einen ganzen Monat nach China ziehe. What the fuck? Passend dazu gibt es random Fakten, nach denen keiner gefragt hat. Nicht über mich, und zwar über meine chinesischen Eltern. Mein Dad ist 52 Jahre alt und meine Mama ist heute 51 geworden. Das heißt, dass sie heute Geburtstag hat. Meine Eltern haben fünf Kinder und einen Hund. By the way, bin ich die zweitälteste. Meine Eltern hassen es, wenn man bei einer Diskussion mit Logik argumentiert. Ich spüre heute eine neue Sonnencreme aus. So, Skincare ist fertig. Mein Dad ist von der Körpergröße kleiner als meine Mama. Das liebe ich total. Meine Mom kann ihren Daumen auskugeln, und das habe ich von ihr geerbt. Papa kann sehr, sehr gut kochen und ist im Geserfelsspielen immer der Erste. Meine Mama kennt sich mit Pflanzen sehr gut aus und kann extrem gut backen. Zudem ist mein Dad auch noch sehr handwerklich begabt und will alles alleine schaffen. Meine Mama hat auch ein riesen Pflanzenproblem. Das habe ich von ihr abgeguckt. Meine Eltern sind mit 18 nach Deutschland gereist und haben seitdem so gut wie jeden Tag gearbeitet. Deswegen ist es für uns alle ein Highlight, dass Mama und Papa dieses Jahr mit mir nach China fliegen. Mein Dad liebt es, Menschen zum Lachen zu bringen. Meine Mom will zum Lachen gebracht werden. Und dann, wenn ich das nicht so gut gehe, dann kann ich das nicht so gut gehen. Und dann